Wer ist noch mal wer? Grün oder weiß? Grün ist aufregender. Cola oder Fanta? Cola. Party oder Couch? Gibt für beides eine Zeit, aber eher Couch. Wasser mit oder ohne Sprudel? Ohne, auf jeden Fall. Ja, nee, mit Gas, das passiert mir zu viel. Da kann ich nicht so viel von trinken. Instagram oder Snapchat? Instagram. TV oder YouTube? TV, YouTube schaue ich gar nicht. Weil wir TV nicht? Doch, doch, auf jeden Fall. Jetzt auf jeden Fall, ja. Meisterschaft oder Pokalsieg? Meisterschaft. Weil, ja, das ist so das Ergebnis von der ganzen Saison. Und deswegen Meisterschaft. Assist oder Tor? Vorlage. Ja, ich finde es auch schön, eine Vorlage zu geben und die Mitspieler bestmöglich in Szene zu setzen, denke ich. Wenn dann Sommerpause ist, ist das auch schön. Ansonsten natürlich Saison. Auslaufen oder Fahrrad fahren? Fahrrad fahren. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich jetzt, nachdem ich in der Reha die ganze Zeit Fahrrad gefahren bin, auslaufen sagen. Ich kann das Fahrrad eigentlich nicht mehr sehen, aber normalerweise, ja, Fahrrad fahren. Mallorca oder Ibiza? Mallorca, Ibiza war ich noch nicht. Aber würde ich gerne mal hin. Berge oder Strand? Eher Strand, würde ich sagen. Nach der Karriere lieber Managerin oder Trainerin? Oh. Ähm. Manager. Vorspeise oder Nachspeise? Nachspeise. Ja, ich weiß nicht, so zum Abschluss irgendwas. Ist immer gut. Hund oder Katze? Ähm, ich habe einen Kater. Deswegen würde ich erstmal Katze sagen, aber ich mag auch Hunde sehr gerne. Steak oder Salat? Salat. Ich mag kein Steak. ÖPNV oder Taxi? Ähm, öffentlicher Nachverkehr. Wenn es passt. Kann auch nervig sein, aber eigentlich öffentlicher Nachverkehr. E-Sport oder Schach? Oh, beides nicht. Also, nee, beides nicht. Dribbling oder Tackle? Äh, Tackle. Als Abwehrspielerin. Notbremse oder Gegentor? Kommt auf die Spielsituation drauf an. Hast du so eine Note? Ja, Notbremse. Kaffee oder Tee? Ein Kaffee. Kino oder Netflix? Ich gehe auch mal gerne ins Kino, aber... Ja, Netflix ist entspannter. Linkes oder rechtes Twix? Linkes. Sommer oder Winter? Oh, ich kann nicht so gut mit Hitze. Also, eigentlich gefällt mir Kälte lieber, aber Sommer ist trotzdem irgendwie schöner. Typ ordentlich oder Typ Chaos? Habe ich auch meine Phasen. Beides mal. Insgesamt aber eher ordnen. Heimtrikot oder Auswärtstrikot? Erstmal fand ich das Auswärtstrikot deutlich besser, aber jetzt so langsam glaube ich, dass mir vielleicht das Heimtrikot besser gefällt. Kopfballtor oder Schusstor? Mit dem Kopf ist es wahrscheinlicher bei mir, aber lieber mit dem Fuß. Pudding mit oder ohne Haut? Ohne. Also generell kein Pudding, aber auf jeden Fall nicht mit Haut. Chips oder Schokolade? Schokolade. Lieber 5 zu 4 oder 1 zu 0 gewinnen? Ähm, ja, wieder als Abwehrspielerin sollte ich 1 zu 0 sagen, aber 4 zu 5, also es passiert mir, ist aufregender. Offensiver Fußball oder defensiver Fußball? Offensiv. Warum? Ja, weil man einfach das Spiel mehr selber gestalten kann, es mehr in der eigenen Hand hat. In der Schule lieber Mathe oder Deutsch? Mathe. Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter, Herr der Ringe nicht geguckt. Startelf ohne Tor oder Joker-Tor? Startelf. New York oder Los Angeles? Oh, sehr unterschiedlich halt. New York war ich schon, fand ich auch sehr toll. Deswegen sag ich mal New York. Sushi oder Pasta? Pasta, ist kein Fisch. Frühaufsteherin oder Langschläferin? Frühaufsteher, eher. Joko oder Klaas? Wer ist nochmal wer? Klaas. Klaas.